Das ist die Cosmic Forces Recording Services. Und das macht es den Gefängniswärtern natürlich viel einfacher, die Gefangenen zu bewachen. Gefangene, die nicht wissen, oh jetzt geht das Telefon, naja, also dann mach ich gleich mal weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Everybody's waiting for love you Ja, ich hatte gerade ein Telefonat und jetzt bin ich wieder zurück. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, die Gefangenenwärter, die also auf Gefangene aufpassen, die gar nicht wissen, dass sie in einem Gefängnis sind. Erinnert ein bisschen an Matrix. Ja, wie wir hier sehen, in der kleinen Grafik hier, die ich erstellt habe, Gefängnisplaneten, Prison Planet. Woraus bestehen jetzt diese Gitterstäbe? Hier in der Grafik sehen wir das jetzt. Die hatte ich schon mal benutzt an anderer Stelle, aber die kann man sozusagen multitasking mäßig verwenden. The cage is built of the religions, the military violence, the law system, the education system, the money system, the mass media. All in all, it's almost perfect mind control. Also dieser Käfig ist errichtet aus Religionen, militärischer Gewalt, dem Justizsystem, dem Erziehungssystem, dem Geldsystem, dem System der Massenmedien, Verlage, Bildungseinrichtungen, Stiftungen, Forschungslabore und dergleichen. Alles in allem ist das, wenn man sich ein bisschen mit den Systemen beschäftigt und dann auf die Falschaussagen kommt, die da verbreitet werden, in jedem dieser sechs Systeme, die hier aufgelistet sind. Dann hat man mit diesen sechs Systemen praktisch die sechs Seiten dieses Würfels. Ja, ich sag mal hier etwas zu den einzelnen Käfigseiten. Die Religionen zum Beispiel täuschen über den Ursprung des Menschen hinweg, der meines Erachtens zwar göttlich ist, ja, wie sollte es auch anders sein, göttlich-geistig sozusagen. Unsere Sprache ist aber nicht dafür gemacht, Esoterisches auszudrücken, sondern die Sprache dient dazu, sich im Alltagsleben zu verständigen, hauptsächlich. Deshalb ist es schwierig, mit der für das Alltagsleben geschaffenen Sprache geistige Phänomene darzustellen, zu übersetzen. Geht, wenn man sich der Beispiele bedient, ja, der Erfahrung, die man machen kann oder eben auch nicht. Wie gesagt, die Religionen hier, zumindest viele, täuschen den Menschen über seinen Ursprung. Und dann als nächster Punkt hier, the military violence, also das Militär und seine Gewalt. Damit ist in den letzten 100 Jahren überhaupt nichts erreicht worden, außer Zerstörung. Krieg ist aber mittlerweile leider wieder, wann war es das eigentlich nicht, Mittel der Politik. The war to end all wars, log der ehemalige US-Präsident Woodrow Wilson, ja, der Krieg, um alle Kriege zu beenden. Und da meinte er den ersten sogenannten Weltkrieg. The law system, ja, das Justizsystem. Da macht man jetzt sich manchmal ganz schön einfach, indem man nämlich Tatsachen ignoriert. Indem man Wahrheiten, bewiesene Tatsachen einfach nicht zur Kenntnis nimmt. Sagt, die interessieren uns gar nicht hier. Das spielt überhaupt keine Rolle. Denn wir entscheiden, was relevant ist. Ja, es gab einen Richter, der zu einem meiner Freunde gesagt hat, über mir ist nur noch Gott. Ja, dann haben wir hier das Erziehungssystem, the education system, als Gitterstäbe. Im Erziehungssystem kommt das Wort Bewusstsein überhaupt nicht vor. Dabei zeichnet den Menschen das Bewusstsein aus. Und was ist das Bewusstsein? Fangen wir mal andersrum. Welches Tier schreibt Symphonien? Oder welches Tier baut Kathedralen? Welches Tier erzählt Geschichten? Malt Bilder, komponiert Musik für Theaterstücke auf? Welches Tier speichert Erinnerungen über die Taten? Über die Taten über die Taten und das Leben seiner Vorfahren? Kein einziges. Dann haben wir als nächsten Punkt hier The Money System. Ja, das Geldsystem. Ihr wisst es alle, The Federal Reserve Bank schöpft Geld aus dem Nichts. Und Versklavung durch Verschuldung. Ja, das macht das Zinssystem. Dann haben wir hier The Mass Media als sechstes Bauteil des Prison Planet die Massenmedien in der Hand einiger weniger Leute. Und damit meine ich nicht nur Fernsehen irgendwelche Privatsender sondern mit The Mass Media meine ich alle Medien die eben halt große Menschengruppen erreichen in Schulen in Universitäten über den Buchmarkt in Forschungseinrichtungen und so weiter. Also alles in allem ist das hier eine fast perfekte Bewusstseins Kontrolleinrichtung wenn diese sechs Bereiche zusammenarbeiten und das tun sie ja. Deshalb geht es hier nicht um alles in dem Beitrag sondern hier habe ich einige Sachen herausgehoben einmal hier die Meinungsmache und dann noch ein interessantes Projekt Project Bluebeam das sollte auch alle unsere New Ager die zuhören interessieren die vielleicht auf die Erlösung durch Aliens am 24. Dezember 2012 warten ich vermute mal mit Gründen dass dem nicht so sein wird aber da kommen wir später zu ja vielleicht wissen einige auch dass meine Serie Wahrheit und Wehrmacht von YouTube gelöscht wurde obwohl sie ausschließlich gesicherte historische Erkenntnisse lieferte aus den veröffentlichten Werken maßgeblicher internationaler Historiker zitierte und Zitate berühmter Politiker wie François Mitterrand lieferte die sich anerkennend über die deutsche Wehrmacht und seine Soldaten geäußert hatten diese Blockade beziehungsweise dieses Löschen dieser sechs Beiträge sollte jeden dennoch glaubt er würde durch die Mainstream Medien ausschließlich mit der historischen Wahrheit beliefert zweifeln lassen ob dem so ist oder ob nicht etwa die sogenannte historische Wahrheit die keines weiteren Beweises bedarf so heißt das bei Gerichten ob nicht etwa diese sogenannte historische Wahrheit die Wahrheit der Kriegssieger ist die hergestellte Wahrheit der Kriegssieger die wie der Historiker Goloman ganz berühmter Mann der Goloman kommt aus dieser Thomas Mann Budenbrocks Familie da auch Heinrich Mann übrigens ein ausgezeichneter Romance tier also Goloman der berühmte Historiker drückte diese hergestellte Wahrheit der Kriegssieger so aus ein volkspädagogisch erwünschtes Geschichtsbild die Medien hier die Massenmedien die Mainstream Massenmedien die liefern eben ein volkspädagogisch erwünschtes Geschichtsbild eine von den Kriegssiegern konstruierte Geschichte für die Nachkriegsgenerationen die ebenfalls Verlierer und vor allem Schuldige der beiden Weltkriege bleiben sollen ja warum wohl jemand der Schuldgefühle hat wird etwas tun wollen um sich dieser Schuld zu entledigen ja und diese Nachkriegsgenerationen denen mit der wahrhaftigen Erinnerung an ihre Vorfahren und ihre Zeit und die Zeitumstände in denen ihre Vorfahren lebten in dem also diese wahrhafte Erinnerung an diese Vorfahren und die Zeitumstände ihnen genommen wird wird ihnen auch die Vergangenheit genommen und was ist ein Mensch ohne Vergangenheit ohne Wurzeln ja der ist wie ein Blatt im Wind der Stürme der Zeit wird hierhin geweht und dahin entwurzelte Bäume vertrocknen ja und mir wurden als Strafe für angebliche Verletzungen der YouTube Community Richtlinien ja da habe ich auch einen schönen Screenshot von den zeige ich jetzt mal ja hier kann man sehen im YouTube Screenshot da steht da du vor kurzem gegen die Community Richtlinien von YouTube verstoßen hast sind die interaktiven Funktionen in deinem Konto bis zu folgendem Datum deaktiviert 30. November 2010 Kontoeinstellung steht da Loading aber hat gar nichts mehr geloaded das Ding ja und das bedeutete eben dass ich hier noch nicht mal mehr E-Mails lesen konnte bei YouTube weder lesen noch schreiben ich konnte auch nicht an meine eigenen Filme ran und ich konnte natürlich auch keine ungelesenen E-Mails beantworten tatsächlich hatte ich keinerlei Zugang zu meinem Kanal und den darauf von mir selbst produzierten Filmen und Vorträgen ich konnte auch keine Kommentare schreiben YouTube enthält mir also illegalerweise meine Post vor ja und das ist die Art Rache von Leuten die die Wahrheit nicht vertragen können vielleicht weil sie sonst im Licht der Wahrheit wie Vampire zu Staub zerfallen jedenfalls ist diese Zensur ein mehr als deutlicher Hinweis darauf dass die Serie Wahrheit und Wehrmacht unbequem für einige Leute ist und nicht nur diese YouTube Strafe für mich hier sondern auch Zuschriften aus meinem Publikum zeigen mir das Ausmaß der Konditionierung der Dressur oder der Gehirnwäsche oder nennt es auch Umerziehung der Mind Control den Menschen speziell in Deutschland ausgesetzt sind zum Beispiel hat mir jemand da geschrieben ja ich stimme dir in vielem nicht zu ja aber ich finde trotzdem nicht gut dass die hier gesperrt worden sind ja schönen Dank für diese Zuschrift aber ob du das gut findest oder nicht weil ich das sage spielt keine Rolle weißt du man muss sich einfach mit den Quellen beschäftigen mit den Quellentexten ja und wenn viele internationale Militärhistoriker und Historiker im Allgemeinen ja die ihr Spezialgebiet 20. Jahrhundert haben oder die beiden Weltkriege da erforschen zu der Überzeugung gekommen sind unabhängig voneinander dass Stalin damals die Rote Armee zu einem Titanen aufgebaut hatte den der sich anschickte Europa zu unterwerfen beziehungsweise aus deren Perspektive die Welt vom Kapitalismus zu befreien und ihr den Sozialismus als Paradies auf Erden zu bringen also dass diese Absicht bestand daran kann kein vernünftiger Zweifel mehr bestehen und die einzige Macht die dem im Wege stand war die deutsche Wehrmacht die allerdings einen Zwei-Fronten-Krieg zu führen hatte beschäftigt euch dann bitte auch mal mit den Quellen die da genannt sind und postet hier nicht einfach so ein Zeug rum ja ich glaub dies und ich glaub jenes geht in die Kirche glauben oder auf dem freien Feld unter Gottes freiem Himmel Herr Gott nochmal aber wenn es hier um historische Tatsachen geht da kann man nicht mehr kommen mit ich glaub dies und ich glaub jenes aber genau dieses Glauben ich glaube hier und ich glaube da das ist ein Beweis für das Ausmaß der Konditionierung der Umerziehung der Gehirnwäsche die hier stattgefunden hat und stattfindet und ob sie es nun wissen oder nicht ob sie es wahrhaben wollen oder nicht die meisten Menschen in Deutschland und dem sogenannten freien Westen sind die Opfer von Umerziehung von Propaganda oder Mind Control Desinformation und geschickt verpackten Lügen egal wie man es nennt es ist nicht die Wahrheit und es gibt eine Aversion einen inneren Widerstand bei den Menschen die Informationen und Zusammenhänge die nicht ins übermittelte Weltbild passen zurückzuweisen was nicht passt wird einfach zurückgewiesen nö das glaube ich jetzt nicht ich glaube dies aber ich glaube nicht jenes nennen wir diesen inneren Widerstand mal Aversionssyndrom ja und um das Aversionssyndrom geht es im folgenden Zitat ich zitiere hier aus das Komitee der 300 Kapitel 19 von Dr. Coleman www.coleman300.com und dort heißt es Mr. Coleman schreibt Zitat Der Weg Der Weg über das Aversionssyndrom fortzuschreiten besteht darin zu verstehen dass speziell die Angestellten der Vereinigten Staaten fast zwei Millionen Menschen in hirnlose Zombies konvertiert wurden die keinen Gedanken an die Vergangenheit Gegenwart oder Zukunft verschwenden sie sind tatsächlich die geschaffenen Wesen das ist in Anführungszeichen gesetzt die geschaffenen Wesen die in den Prophezeiungen von Brezhinski vorausgesagt wurden Brezhinskis Buch ist hier The Technotronic Era Zwiniev Brezhinski Statistiken und Meinungen werden in die Computer bei Gallup Paul und Yankelovich Skelly und White gefüttert um vergleichbare Bewertungen zu errechnen Vieles von dem was wir in den Nachrichten lesen oder im Fernsehen sehen wurde zuerst durch diese Meinungsumfrage Firmen gefiltert Was wir sehen ist das von dem die Umfrage Firmen denken dass wir es sehen sollten dies wird Machen oder Herstellen der öffentlichen Meinung genannt Nochmal kurz zurück hier zum ersten Absatz Der Weg über das Aversionssyndrom fortzuschreiten besteht darin zu verstehen dass speziell die Angestellten der Vereinigten Staaten in hirnlose Zombies konvertiert wurden die keinen Gedanken an die Vergangenheit Gegenwart oder Zukunft verschwenden Es sind nicht nur die Angestellten der Vereinigten Staaten sondern es ist jeder Mensch mehr oder weniger von diesem großen Gehirnwäscheprogramm das auf fast allen Kanälen läuft betroffen auch in Deutschland nicht nur in Deutschland nicht nur in den USA sondern im sogenannten christlichen Abendland Coleman weiter die Idee hinter dieser sozialen Konditionierung ist es herauszufinden wie die Öffentlichkeit auf politische Direktiven antworten wird die vom Komitee herausgegeben werden dies ist ein Teil des ausgetüftelten Meinungsherstellungsprozesses des Tavistock Institutes Heute glauben die Leute dass sie gut informiert sind aber was sie nicht wahrnehmen ist dass die Meinungen von denen sie glauben es wären ihre eigenen eben nicht ihre eigenen sind sondern tatsächlich durch Forschungsinstitutionen und Thinktanks von Amerika geformt wurden und sie wissen nicht dass in Wirklichkeit niemand von uns sich eine freie Meinung bilden kann da die der Öffentlichkeit durch die Medien und die Meinungsumfrage Firmen gelieferten Informationen niemals die gesamten Informationen sind Mehr noch denn das was in den Medien gezeigt wird wird umgebogen in Richtung der Meinung von der die Sozialwissenschaftler des Tavistock bestimmten dass sie die Zustimmung der Mehrheit zu einem Ereignis liefert das gerade porträtiert wird Meinungsmache durch Meinungsumfrage wurde kurz vor dem Ersten Weltkrieg zu einer Kunst Die Vereinigten Staaten traten durch Wellington House das schwarze Loch der Propaganda Lügen in den Ersten Weltkrieg ein Es zwang die Amerikaner dazu Woodrow Wilson zu unterstützen obwohl sie doch einen Krieg gegen Deutschland erbittert abgelehnt hatten Kurzer Einschub von mir Man stelle sich vor 85% der Bevölkerung Großbritanniens und der USA waren erbittert gegen einen Krieg mit dem Deutschen Reich Und heute wissen wir welche Macht das Tavistock Institut da entfalten konnte Weiter mit John Coleman Bei den Vorbereitungen zum Zweiten Weltkrieg wurden gutgläubige Amerikaner dazu konditioniert Deutschland und Japan als gefährliche Feinde zu sehen die gestoppt werden mussten bevor sie in die USA einmarschieren konnten Anmerkung von mir also ja bevor sie in die USA einmarschieren konnten mussten Deutschland und Japan gestoppt werden natürlich denn die hatten ja auch Armeen die durchaus in der Lage waren Amerika an seinen beiden Küsten vollständig sozusagen einzuklammern Herrgott nochmal die hatten noch nicht mal so viel Schiffe um ihre Truppen insgesamt über den Atlantik zu bringen und wenn sie ihre Truppen insgesamt über den Atlantik gebracht hätten dann hätten sie ihre Heimatländer das Deutsche Reich und Japan völlig entblößt des Schutzes weiter mit John Coleman dass so eine Tat logistisch unmöglich war wurde nie angesprochen oder gar diskutiert und das ist es wieso konditioniertes Denken so gefährlich ist basierend auf einseitiger verbogener und selektierter Information mit der die Öffentlichkeit gefüttert wurde schienen die Feinde in der Tat Deutschland und Japan zu sein im Jahr 1991 sahen wir wie gut der Prozess des und jetzt kommt der Spezialausdruck des Tavistock für das was sie machen wie gut der Prozess des Inner Directional Long Range Penetration Conditioning ja das bedeutet nach innen gerichtete über große Entfernungen wirkende Konditionierung durch Langzeit Bearbeitung also 1991 sahen wir wie gut dieser Prozess funktionierte als die Amerikaner so gehirngewaschen waren dass sie den Irak als Bedrohung ansahen und Saddam Hussein als einen persönlichen Feind der Vereinigten Staaten Solch ein Konditionierungs Prozess wird technisch beschrieben als die Botschaft die die Sinnesorgane der Personen trifft die beeinflusst werden sollen eine der respektiertesten aller Meinungsumfrager original heißen die da Polster die machen ein Polster für die Mächtigen also einer der respektiertesten aller Meinungsumfrager ist das Mitglied des Komitee der 300 Daniel Yankelovich von der Firma Yankelovich Skelly and White Yankelovich ist stolz darauf seinen Studenten zu erzählen dass Meinungsumfragen ein Werkzeug sind um die öffentliche Meinung zu ändern obwohl dies nicht sein Original Gedanke war Yankelovich bezog sich nämlich auf ein Buch von David Nasebet das heißt Trend Report das von dem Club of Rome in Auftrag gegeben wurde um die Wahrheit zu sagen Nasebet selber hatte seine Informationen von Willi Munzenberg wahrscheinlich der brillanteste Meisterspion und Propagandawissenschaftler der je gelebt hat Ja kommen wir noch zu Willi Munzenberg in Trend Report beschreibt Nasebet die von Meinungsmachern genutzten Techniken zur Formung der öffentlichen Meinung die vom Komitee der 300 gewünscht wird Die Herstellung Die Herstellung der öffentlichen Meinung ist das Juwel in der Krone der Olympia Das ist der innere Kreis der 300 die Olympia Mit tausenden Sozialwissenschaftlern zu ihrer Verfügung und den Nachrichtenmedien fest in ihren Händen können neue öffentliche Meinungen über fast jede Angelegenheit erschaffen und weltweit in einer Stunde oder sogar noch schneller verbreitet werden Und das genau passierte 1991 als Präsident George Herbert Walker Bush von Margaret Thatcher auf Anordnung der 300 den Befehl bekam eine aggressive Haltung gegenüber dem Irak einzunehmen Innerhalb von zwei Wochen wurde nicht nur in den Vereinigten Staaten sondern fast in der ganzen Welt die öffentliche Meinung gegen Irak und gegen Saddam Hussein gedreht Sozialwissenschaftler leiteten in den Medien Täuschungskünstler und Nachrichtenmanipulatoren an direkt an den Club of Rome zu berichten der direkt dem Komitee der 300 berichtet präsidiert von der Queen of England ihre Majestät regiert über ein riesiges Netzwerk von eng miteinander verbundenen Unternehmen die keine Steuern zahlen und niemandem Rede und Antwort stehen müssen die ihre Forschungen durch Stiftungen finanzieren deren miteinander verbundene Aktivitäten fast völlige Kontrolle über unser tägliches Leben haben diese miteinander verbundenen Institutionen und deren Führungspersonal bilden eine Parallelregierung die das Leben jedes Amerikaners und nebenbei bemerkt auch jedes Westeuropäers kontrolliert ob letztere das Wissen oder auch nicht zusammen ergeben die miteinander verbundenen Körperschaften Versicherungsunternehmen Banken Finanzunternehmen die Mega Öl Firmen die Zeitungen Magazine Radio und Fernsehstationen den riesigen Apparat der Rittlings auf den Vereinigten Staaten und der Welt sitzt es gibt keinen Politiker in Washington D.C. der ihm nicht in irgendeiner Weise verpflichtet ist Die Linken beklagen es und nennen es Imperialismus oder Korporativen Faschismus Unternehmens Faschismus und das ist es tatsächlich Wie sonst sollte man Remington Arms das ist ein Unternehmen und Vickers Armstrong während des Ersten Weltkrieges nennen Nicht Nicht vergessen die unleugbare riesige Struktur außerhalb der Kontrolle jeglicher Regierung die von Eisenhower militärisch industrieller Komplex genannt wurde Das Problem mit der Linken ist dass sie von genau denselben Leuten kontrolliert wird die die Rechte kontrollieren so dass in Wirklichkeit die Linke weniger frei ist als die Rechte Alle diese Unterschiede zwischen rechts und links sind kaum mehr als Namens Schilder Stalin sprach dieses Prinzip aus als er sagte in Amerika würde die Änderung weniger Namen die Leute davon überzeugen etwas hätte sich geändert Sozialwissenschaftler die sich mit dem Prozess der Konditionierung beschäftigen werden Sozialingenieure oder New Science Social Scientists genannt und sie spielen einen integralen Part bei dem was wir sehen hören und lesen durch ihr Material wird unsere Meinung gebildet die Meinung ich meine ja nur die Sozialingenieure der alten Schule waren Dr. Kurt Levine Professor Hadley Cantrell Margaret Mead ja kleine Anmerkung von mir die von den Feministinnen so gefeierte Margaret Mead ja die ein neues weibliches Bewusstsein ja herbeifantasierte ne um den Feminismus intellektuell zu unterstützen da spricht man auch nicht von dem Planeten Erde sondern von der Planetin schönen Dank Margaret Mead ja für die Spaltung der Familien ne dazu gehörte dann auch Professor Dervin Cartwright und Professor Lipsit die zusammen mit John Rawlings Rees ja das Rückgrat der New Science Social Scientists am Tevistock Institut bildeten dass solche Illusionen erschuf wie The New American Conservatives oder auch die New Right die Neuen Rechten The Neoconservatives die Christian Right und auch die man höre und staune Neobolschewisten die tatsächlich dasselbe sind wie die Neokonservativen Während dem Zweiten Weltkrieg gab es dort also im Tevistock Institut mehr als 100 arbeitende Forscher unter der Führung von Kurt Levine die sklavisch die Methoden ihres Genius Willi Munzenberg kopierten dem Lehrer von Josef Goebbels von dem Reichsinformationsdienst und dem deutschen Geheimdienst der SS Der elitäre britische OSS war auf Munzenbergs Methoden aufgebaut Was im Allgemeinen nicht bekannt ist ist dass der vielgerühmte britische OSS der Vorgänger der MI6 und der CIA nicht ein Produkt des Genies von Sir William Stevenson war sondern die Schöpfung von Willi Munzenberg dem brillantesten Mann in seinem Feld den die Welt je kannte Munzenberg am 14. August 1899 in Erfurt Deutschland geboren wurde der führende Propagandawissenschaftler der Welt er begann seine Karriere in der Kommunistischen Partei Deutschlands in der KPD in der Weimarer Zeit als Generalsekretär der Kommunistischen Internationalen Jugend Munzenberg wurde unter ärmlichsten Verhältnissen von Arbeiterklasse Eltern aufgezogen und er trug dies mit Stolz als eine Auszeichnung dies könnte erklären dass er einerseits die Reichen hasste aber andererseits das Ziel hatte sich mit ihnen zu verbünden 1914 teilte sich die Partei aufgrund von Differenzen über den Ersten Weltkrieg also die KPD ja Teile und Herrscher von 1914 bis 1918 erarbeitete Munzenberg sich den Ruf ein brillanter Propagandist mit außergewöhnlichen Strategietalenten zu sein 1921 trat er in die Tschecha und die OGPU ein beide Organisationen waren russische geheime Polizeiagenturen Er blieb für zwölf Jahre im Dienst der OGPU bis 1934 und erhielt internationale Aufmerksamkeit für seine erstaunliche Fähigkeit Geld für die Opfer der russischen Hungerkatastrophe des Jahres 1921 zu sammeln Munzenberg war ein geborener Propagandastratege der eine erstaunliche Anzahl von Frontorganisationen schuf hinter denen kommen intern Agenturen versteckt werden konnten Diese Taktik wurde später von Englands MI6 als Standardprozedur übernommen Munzenberg zeigte ebenfalls ein erstaunliches Verständnis für die Finanzwelt für Banken und Geldgeschäfte zu einem solchen Grad dass er Investitionen selber machte und immens reich wurde während er ein loyaler ausgesprochener Kommunist blieb Es brauchte natürlich nicht lange bis das Komitee der 300 Munzenberg den talentierten Praktiker anwarb Während er sich noch im Dienst der OGPU befand wurde Munzenberg nach Paris gesandt wo er zwischen 1933 bis 1940 verblieb anscheinend im Exil verstand er es aber sich mit Lenin in der Schweiz zu verbinden und war bei ihm als Lenin in den berühmten sogenannten versiegelten Zug Einstieg Jedoch war er während dieser extrem geschäftigen Periode dazu fähig Kim Philby zu rekrutieren den britischen MI6 Doppelagenten und seine Flucht nach Moskau zu arrangieren als Philby demaskiert wurde Die MI6 Hierarchie gibt nicht gerne zu dass Munzenberg sie alle genarrt hatte Sie wussten nichts davon dass er im Dienst der 300 stand Nachdem er Lenin sicher nach Russland gebracht hatte um die bolschewistische Revolution zu beginnen rekrutierte Munzenberg Kommunisten aus der ganzen Welt um 1936 in Spanien in der internationalen Brigade gegen Franco zu kämpfen Es wird gesagt dass Munzenberg sich dessen absolut bewusst war dass die Bolschewiken und später die Kommunisten durch Wall Street und die Finanzinstitutionen der City of London finanziert wurden und durch sie riesigen Rückhalt erhielten Anmerkung diese Information wird ja auch gestützt durch die Werke von Anthony Sutton weiter geht es im Text Munzenberg war besonders beeindruckt von der Aussage Stalins dass er Wall Street und die New Yorker Kosmopoliten niemals die Kontrolle über Russland übernehmen lassen würde 1937 hatte er einen Streit mit Stalin wegen seiner Säuberung der alten Garde jüdischer Bolschewiken und war bestürzt über die Schauprozesse und die Exekutionen die danach folgten 1939 verband Munzenberg sich mit der französischen Regierung um eine antideutsche Radiosendung aus Paris zu senden musste aber vor der vorrückenden deutschen Armee fliehen Im Oktober 1940 wurde sein Körper gefunden der von einem Baum in einem Wald in den Außenbezirken von Paris hing Sein Tod bleibt immer noch ein Geheimnis das nie geklärt wurde Der Fokus all dessen ist dass die Regierungen von Großbritannien und den Vereinigten Staaten bereits eine Maschinerie in Gang haben um die amerikanische Bevölkerung auf eine Linie mit der neuen Weltordnung zu bringen eine große Vielfalt sorgfältig ausgewählter Personen wird von allen Regierungen benutzt für Zwecke die nicht wirklich das sind was sie zu sein scheinen Munzenberg war ein gutes Beispiel dafür was ich meine bitte konsultieren sie die hier enthaltene Liste der Personen die dem Komitee der 300 verpflichtet sind damit meint er natürlich sein Buch das Komitee der 300 www.coleman300.com So weiter mit dem Text von John Coleman Kapitel 19 aus The Committee of 300 Gegen nur geringen Widerstand wuchs die Maschine der Bewusstseinskontrolle in Größe und Stärke seit 1946 an Jedes Jahr wurden neue Schichten hinzugefügt neue Verfeinerungen und neue Stärken bis zur oberen Ebene der parallelen Geheimregierung die erfolgreich die totale Kontrolle über die Vereinigten Staaten erreicht hat es ist das Komitee der 300 das Kontrollnetzwerke etablierte und Mechanismen die weitaus engmaschiger sind als alles was die Welt bis jetzt kannte Ketten Ketten und Seile werden nicht gebraucht um die amerikanische oder auch die westlichen Nationen gefangen zu halten denn Furcht vor dem was kommen könnte erfüllt den Job weitaus effektiver als dies jegliche physikalische Art der Ankettung würde meine Anmerkung hierzu es ist also ein geistiges Gefängnis das errichtet wurde weiter mit John Coleman wir werden gehirn gewaschen um unser verfassungsgemäßes Recht Waffen zu tragen aufzugeben wir werden gezwungen Macht an Geheimdienste zu geben die nicht dem Kongress unterstehen und eine Machtfülle an den Präsidenten zu geben die unsere Gründerväter und die darauf folgende Generation entsetzt hätte und all das im Namen des in Anführungszeichen Kampfes gegen den Terrorismus ja ich möchte hier noch kurz anfügen Furcht vor dem was kommen könnte erfüllt den Job weitaus effektiver nämlich den Job die Leute anzuketten als dies jegliche physikalische Art der Ankettung würde da erinnern wir uns an des BRD Innenministers Warnung vor Anschlägen in Deutschland Ende November ein klassisches Manöver der Bewusstseins Kontrolle es schaffe Angst wenn kein Terrorismus da ist dann rufen wir ihn halt herbei weiter mit John Coleman all dies wurde ausgeführt ohne dass eine blutige Revolution stattfinden musste die amerikanische Bevölkerung hat es geschehen lassen dass ihre Verfassung zusammengestampft wurde sie hat den United Nations erlaubt Kontrolle über die Außenpolitik der Vereinigten Staaten auszuüben sie erlaubte dem International Monetary Fund auf deutsch dem IWF internationaler Währungsfonds sie erlaubte dem IWF Kontrolle zu übernehmen über ihre Steuer und Finanz Politik und erlaubte dem Präsidenten der Vereinigten Staaten ungestraft sein Amtseid zu brechen die republikanische Kriegspartei erlaubte dem Präsidenten Macht an sich zu nehmen die in der Verfassung nicht existiert es ist ihm erlaubt ohne einen gerechten Grund in fremde Länder einzumarschieren kurz gesagt wir wurden gehirn gewaschen bis zu einem Ausmaß dass wir als Nation jede und alle gesetzlosen Handlungen unserer Regierung ohne Fragen akzeptieren und ohne Protest herzlichen Dank dafür an Tavistock Inner Directional Long Range Penetration die nach innen gerichtete Langzeit Penetration und seine Bewusstseins Kontroll Techniken die in einem immer weiter wachsenden Maße in täglichem Gebrauch sind und die amerikanische Bevölkerung impotent und hilflos gemacht haben nicht nur die amerikanische Bevölkerung wir müssen unbedingt in politische Aktion treten gegen unsere geheime Regierung und nicht weiter damit machen uns zu erlauben in Sackgassen geleitet zu werden denn genau das haben unsere Bewusstseins Kontrolleure programmiert indem sie uns mit einer Masse komplexer Themen beschäftigt beabsichtigt Tavistocks unsichtbare Armee uns mit einer permanenten Schock Langzeit Penetration derart zu überwältigen bis wir unfähig dazu sind Entscheidungen über lebenswichtige Dinge zu treffen Zitat Dr. Coleman Ende Ja ich spiele jetzt hier ein bisschen Musik ein und dann geht es weiter mit dem Project Bluebeam Resistenz ist ein root of beauty Reminded if you're going moody Resistenz ist a root of beauty Resistenz is a root of beauty Project Bluebeam Berühmt und berüchtigt. Was ist das? Project Bluebeam ist der Name für eine ausgereifte Technologie zur Projektion von lebensecht aussehenden Hologrammen in die Himmel oder auf die Erde. Diese Technologie war bereits in den späten 1990er Jahren ausgereift. Wie das hier verlinkte Video zeigt. Wir haben mal ein Screenshot davon. Die Adresse ist youtube.com-watch-v-k-j-80-y6-lm-2-x-u. Diese Technologie wurde und wird offenkundig auch getestet, wie die vielen angeblichen UFO-Sichtungen über US-Territorium aber auch anderswo vermuten lassen. In dem Video kommen zwei Berater der US-Regierung für nicht-tödliche Waffen zu Wort. Das ist das Ehepaar Morris. Die sagen also, Project Bluebeam könnte genutzt werden, um den Feind zu erschrecken durch Projektion eines UFOs, eines Dämonen oder einer Schwiegermutter in die Himmel. Es handelt sich also um ein psychotronisches Kampfmittel, um eine psychopolitische Waffe. Vielleicht sei der eine oder andere von euch das auch schon im Einsatz. Vielleicht wurde es bereits weltweit im TV getestet, beziehungsweise eingesetzt. Zum Beispiel, wenn man da so Flugzeuge in Türme fliegen sieht. Flugzeuge, die danach dann spurlos verschwinden. Denn wo sind die Wrackteile, die es doch irgendwo im Umkreis dieser Türme hätte geben müssen? Dann gibt es hier noch ein Video. Project Bluebeam Part 2. Holographische Projektionen, die da sind, kann man live auch erleben, beziehungsweise sind die auch live gefilmt worden. Aber auch Jesus Christus Hologramme wurden auch schon gefilmt. Hier das Video hat den Titel Bluebeam Jesus Crucifix in the Sky Prepare for the Fake Alien Invasion in 2012 Ja, bereitet euch auf eine vorgetäuschte Invasion von Außerirdischen in 2012 vor. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass 2012 eine vorgetäuschte Alien Invasion den Höhepunkt der 2012 Hysterie oder des 2012 Hypes bilden wird. Anstatt sich aber mit wahrhaft bösartigen Leuten in schwarzen Kutten oder Anzügen auseinanderzusetzen, werden sich vermutlich viele New Ager den projizierten Erlösern zuwenden und ebenfalls versklavt werden. Aber halt, don't panic, denn wir haben ja den heldenhaften Widerstand der Justiz gegen jedwede Willkür und Tyrannei schon so oft in der Geschichte erlebt. Sicher diskutiert man in den heiligen Hallen Justitias schon den Modus operandi des judikativen Widerstands gegen die Irreführung und Täuschung der Bevölkerung. Durch Medienmanipulationen und hysterisch aufs Image bedachte Berufspolitiker, Privilegiengeile, Berater, Professoren, Banker, Lobbyisten, Gesetzesänderungen und Überwachungsmaßnahmen, professionelle deutschen Hasser, Meinungshersteller, Stiftungssprecher und Ministeriale, nicht zu vergessen die Wahrheitsliebe der professionellen Medienmacher. Jawohl, ja, die echten, die harten, die knallharten, die unerschrockenen, kaltblütig, Frage umkompromittierende, Frage heraushämmernden Journalisten, die den Berufsbänkern und Berufspolitikern und Berufsheuchlern ganz nah, so nah auf den Pelz rücken. Ja, genau so, ganz nah, echt voll nah, voll nah sind die dran. Und Beweise haben die sagenhaft, sagenhaft, wie sie heldenmütig, diese ganzen Journalisten und Medienleute, ja, heldenmütig, Tabuthema um Tabuthema aufgreifen, jeden Tag einen neuen Skandal anprangern, ja, die enthüllen standhaft ein Staatsverbrechen nach dem anderen, Menschenrechtsverletzungen, ob Inland oder Ausland, das ist denen völlig egal, sie legen nur eine hohe Latte an, ihre eigene Bequemlichkeit. Obwohl ihre Büros in Hochgefahrzonen an der Alster liegen, ja, am brandheißen Kudamm oder Wall Street, ne, in komfortablen Springer-Bertelsmann-Gruner-Holzbrink-Hochhäusern und ihre Einfamilienhäuschen tollkühn im Grünen, ja, diese Partei, die wird auch heldenhaft widerstandsmäßig gewählt, gerne, ja, von denen, ja, ob sie da ausharren, ne, in ihren Einfamilienhäuschen tollkühn, ne, vollklimatisiert trotzen sie den virulenten Bedrohungen ihrer Spesenkonten durch bioterroristische Alternativmedien, ja, und durch heldenhaften Widerstand, unerbittliche Wahrheitsliebe, gnadenlose Verfolgungsjagden und schlaflose Nächte beim deutschen Presseball, wo sie Recherchedaten via Bluetooth austauschen mit Berufspolitikern, denen sie in zäher, mühevoller, entsagungsvoller Kleinarbeit, Geständnisse abpressen, wie zum Beispiel, sagen wir mal, der Minister der rosa-gelb-kotz-grünen, ja, der sagt dann was, nämlich sein Mission Statement. Wir upgraden unsere aktuellen Konzeptionen, um die Best Practice der projektiven Herausforderungen zu verschlanken. Danke, danke, vielen Dank. Oder vielleicht noch ein anderes Mission Statement von Minister der Partei rosa-gelb-kotz-grün, zum Beispiel, Keine widerlichen Wahrheiten von durchgeknallten, rechtsextremen, Verschwörungstheoretikern, homophoben Massenmörbern und des CO2-Ausatmens schuldigen, bioterroristischen Alternativmedien, arbeitsscheuen, nationalistischen Waffenhändlern, wird uns von unserem optimierten Aufschwungskurs abbringen, denn der Ball ist flach und unser Standing im Rating frisch aus dem Abseits zurück und schauen wir mal, sagenhaft, sagenhaft, danke, danke, dass wir das erleben durften. Danke, danke an ARD und ZDF, blöd, Bild und Ton. Das nächste Video zeigt hier, worüber auch so gerne berichtet wird. Big Sis Wants Behavior Scanners at Sports Events und Melts von Alex Jones TV. Also die große Schwester Napolitano ist damit gemeint, in Anspielung an den großen Bruder Big Brother. Hier also die große Schwester Napolitano, die Chefin der Homeland Security Agency, will also Verhaltensscanner bei Sportveranstaltungen oder auch in Supermärkten, warum nicht auch in Schulen oder in Bahnhöfen, Theatern, Museen, öffentlichen Plätzen. Irgendwas muss man ja mit den ganzen Antennen machen, die auf den Dächern stehen und unsere Sicherheit ist den Behörden was wert. Ja, 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 wir bezahlen das schließlich. Und hier in dem Video, da kann man dann bei circa Minute neun hören von einem Anrufer und in US-Flughäfen werden nach Aussage dieses Anrufers fleischfressende Bakterien gesprüht, die die Passagiere dann in die ganze Welt verbreiten. Ja, und all das täglich live in ihren Staatsmedien. Danke, Maybrit Illner, danke, Anne Will, Tom Buru und Dank an alle die namenlosen Kämpfer für Wahrheit und totale Information. Danke! Ihr werdet den Bundes-Hypokrit-Verdienstwurm an der Copy-and-Paste-Taste erhalten. Ja, Halleluja, die Stunde der Wahrheit naht. Hier ein Video-Screenshot vom 24. November 2010. Der Titel des Videos lautet Today is Opt-Out Day. China and Russia quit the dollar and more will be discussed as Alex covers developing new stories. Also, heute haben sich China und Russland vom US-Dollar verabschiedet. Aha, ja, das ist natürlich nicht so wichtig wie die Meinung von Olaf Henkel, dem globalisierenden Dauerbrenner bei den Talkshows von A bis Z. Da sah ich dann neulich, wie Maybrit Illner fragte, Euro geht kaputt, bedeutet das Krieg? Henkel, nein. Ja, da saß dann auch noch Herr Schwesterwelle und sagte, nein, der Euro ist toll und hält und er hat doch ein tolles Rating. Oh, hat der ein tolles Rating. Und Henkel meinte dann, nein, der hat kein tolles Rating. Der geht kaputt. Ja, das ist so die Art konträrer Information, die die Leute dann völlig durchdrehen lässt. Ja, auch eine interessante Strategie des Tavistock, nämlich die Leute mit absolut konträren Informationen zu überfluten. Dann gibt es hier zu der Koreakrise von Webster Tarpley ein Beitrag auch bei Alex Jones. Manufactured Terrorism and the North-South Korea Staged Crisis. Ja, also hergestellter Terrorismus, die hergestellte Nord-Südkoreakrise, die hergestellte Schweinegrippe, die hergestellte Finanzkrise, der hergestellte Terrorismus. Und kommt er nicht von alleine, dann redet Herr de Maizière ihn herbei. Dann fragt Alex Jones den Webster Tarpley, ja, wie würde denn das jetzt hier so weiterlaufen? Und Tarpley sagt dann in dem Video, It goes to economic depression followed by world war. Diktatorship grows. The remedy is economic recovery. But we have a zombie banker economy. Übersetzt heißt das hier, es geht in Richtung einer Wirtschaftsdepression, die gefolgt werden könnte oder wird von einem Weltkrieg. Diktaturen wachsen an, übrigens Diktaturen wuchsen auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg an. Hitler war nicht der erste Diktator in Westeuropa, ja. Da gab es in einigen anderen Staaten auch schon vor Hitlers Wahl zum Reichskanzler und dem Ermächtigungsgesetz gab es Diktatoren in Europa. Diktatorship grows, meint Webster Tarpley, also Diktaturen liegen sozusagen im Trend, ja. Und die Abhilfe dafür wäre eben halt eine Erholung der Wirtschaft. Aber, sagt er, wir haben eine Zombie-Banker-Wirtschaft. Und auch der Herr Lafontaine zurückgeholt in die Fernsehstudios sagt bei der Frau Illner, das Bankensystem ist die Wurzel des Übels. Na bitte, geht doch, ja. Alles wird gut, alles wird gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.